Moin meine Freunde, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Ich befinde mich heute hier in Ochtrup vor dem Outlet Center. Und zwar werden wir heute hier ein bisschen rumlaufen. Ich zeige euch das hier ein wenig. Und ich habe heute Morgen eine Nachricht erhalten von einem LJ Crazy. Darin schreibt er, dass ich doch aufhören sollte mit YouTube. Aber ich mache auf jeden Fall weiter. Und mein Content wäre doch gar nicht so schlecht, deswegen werde ich auf jeden Fall weitermachen. Auf jeden Fall zeige ich euch das jetzt ein wenig. Und ich habe auf jeden Fall noch ein paar mehr Projekte am Laufen. Black is Beautiful World werde ich auf jeden Fall noch mal vorstellen. Und vieles mehr. Lasst euch einfach überraschen. Viel Spaß dabei. Meine Freunde, jetzt sind wir hier im Outlet Center in Ochtrup. Und da werde ich euch ja noch ein wenig was zeigen. Und ich gehe jetzt mal ganz entspannt mit euch rum und zeige euch das hier ein wenig. Viel Spaß dabei. Freunde, jetzt waren wir im Nike Store. Und weiter geht's. Viel Spaß dabei. Und weiter geht's. Viel Spaß dabei. Jetzt sind wir aus dem Tommy Hilfiger Shop wieder raus. Und weiter geht's. Viel Spaß dabei. うわ geht's. Viel Spaß dabei. Ü计 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020